Lass mal ein paar Reels-Videos noch reinziehen. Ich hab Bock irgendwie. Guck sie dir an, Alter. Konstant irgendwas haben, mit dem sie sich ablenken können, damit sie sich nicht mit dem beschäftigen, was eigentlich wichtig ist. In erster Linie mit sich selbst, seine eigene Power zu realisieren. Und sobald du das realisierst, realisierst du, was in der Welt abgeht und was alles gemacht wird, um dich von dieser Kraft wegzuhalten. Aber ich habe das Recht, dass ich mit jedem Lebensstil verabschiede, die die Lebensstilfe der traditionellen Afrika-Familie gefährdet. LGBTQ ist die neue Birth-Control-Pill. Lass mal ein paar Reels-Videos noch reinziehen, Alter. Ich hab Bock irgendwie. Was ist Confidence? Confidence is me believing in myself. Gib mir 5. Was ist die Integrität? Integrität ist die Arbeit, wenn niemand schaut. Gib mir 5. Du bist ein Leiter oder ein Follower? Ein Leiter. Was ist die Unterschiede? Ich denke für mich selbst. Gib mir 5. Gut. Fahre ich. Some of you may not have realized that I'm not part of the club. What club am I talking about? You know who... I think I know who the club is, bro. They are. And they definitely know who they are. A lot of people would be like, what? Who? 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 Come on, man. Stop playing. Hail Satan. That's the club, bro. Guck sie dir an, Alter. Mann, nix. Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. Zieh sie dir rein. Because we're aliens. And that's how we roll. Hulu, an evil plot to destroy the world. Enjoy. We just want to let you know, the new world order has no legitimacy. And that we as a people are not afraid and we are waking up to the robber barons and the big banks who are looting our economy in front of the world. Bro. He just said well, digger. Ice Cube best man OG, bro. Gang. Immer mehr Menschen werden aufwachen, ich schwör's dir. Immer mehr Menschen werden sich trauen, die Wahrheit zu sagen und dagegen zu kämpfen gegen diese satanische Agenda, die definitiv gerade umgesetzt wird. If companies can pay women less, why don't they hire all women? Well, that's a whole other thing. Really? I understand your... Ich find die Frage schon, das hab ich zum ersten Mal gehört so. Wenn Frauen weniger bezahlt bekommen, warum würde man da nicht nur Frauen einstellen? Your argument? Mhm. And I understand that you're angry. I'm not angry. I can hear it in your voice. I'm not angry. I can hear it in your voice. I can hear it in your voice this loud again. I'm hearing my voice and I sound pretty calm. You have now shifted the quality of your voice. I thank you for that. Okay. And you've just given me a condescending look and that's another reason why we need feminism and now I'm done. Thank you so much. If companies can pay women less, why don't they hire all women? Well, that's a whole nother shit. Why do you change your voice, bro? How are you? Oh, dicker. Inspirational. This video is... I love it. Bro, das gibt mir schon Freedom einfach nur beim Zugucken. Dicker, in dem Moment gibt's gar nichts mehr außer die Welle und du. Okay. This quote hit me in my chest. Usain Bolt said, I trained four years to run nine seconds. And people give up when they don't see results in two months. Facts. 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 They ran down a $9 million movie role in 2021 because you wouldn't take the COVID vaccine being mandated in Hollywood at the time. Any regrets? That's a lot of money. Not at all. Not one regret. You know my thought when I heard that story? You must be even richer than I think you are. You know, your health is worth more than all the money in the world. To me it was an experimental drug and they had no time to really see the long-term effects. It's kinda like the war machine, you know. If you make the bullets and the band-aids, you're gonna always wanna be in war cause it's profitable. Facts, bro. I'm proud of you, motherfucker. Really. Von Herzen, nigga. Geil. Ich feier das hart, dass Cube diesen Weg gegangen ist, so. There is no job worth $2 million a year. That's why they pay athletes these fantastic salaries. I was listening to the radio the other day. They just contracted to pay one player on one team $6 million a year. Can you believe this? And why is that? It's the Roman circus. What does the emperor do? When the people become restive. And when the people are asking questions. And when the people don't like the policies of the emperor. He sends them to the circus. He creates a circus. He builds a giant colosseum. And he begins to throw the Christians to the lions. And he has great chariot races. And football games. And basketball games. All to keep the idiots preoccupied. With things that don't mean anything. Real talk. The entire world. So that they don't have the time to learn what the truth is. So they don't ever get smart enough to learn how they're being manipulated. So they don't ever question the emperor. That's why they pay a player on a football team or a baseball team a million or two million or three million dollars a year. It is the Roman circus. There is no... Krass, Digger. Feier ich, Digger. Schöss dir. Der hat recht. Also ich bin auch überzeugt davon, dass diese ganze nicht nur Sportindustrie, sondern auch Unterhaltungsindustrie, Musik, Entertainment und so safe dafür gemacht ist, um Menschen schön abzulenken die ganze Zeit. Damit die Menschen konstant irgendwas haben, was sie sich reinziehen können. Konstant irgendwas haben, mit dem sie sich ablenken können, damit sie sich nicht mit dem beschäftigen, was eigentlich wichtig ist. In erster Linie mit sich selbst. Seine eigene Power zu realisieren. Und sobald du das realisierst, realisierst du, was in der Welt abgeht. Und was alles gemacht wird, um dich von dieser Kraft wegzuhalten. Und dann fängst du an, dich gegen das System aufzulehnen. Und dann hat das System Probleme, wenn viele Menschen auf einmal das realisieren würden. So weißt du. Und ich gebe ihm hundertprozentig recht. Das ist eine der größten Gründe für LGBTQ. Das ist eine der größten Gründe für LGBTQ. Und ich bin nicht gegen keinen Homosexuellen oder keinen Lesbian. Ich liebe alle Afrikaner Menschen. Aber ich versuche das Recht zu sagen, mit jeder Lifestyle, das schreckt das Leben der traditionelle Afrikan-Familie. LGBTQ ist die neue Bildung. Warum sage ich das? Zwei Männer können nicht reproduzieren. Zwei Frauen können nicht reproduzieren. Und jetzt sind sie sogar Transgenderizing unsere Kinder. Do you know das bedeutet? Das bedeutet, dass sie die Kinder zu verabschieden, die Kinder zu verabschieden, so sie nicht mehr werden können. Wenn Dwayne Wade, Dwayne Wade, whose son jetzt hat, hat seine BIRTH CERTIFICATE geändert. Er ist ja eine Frau. Hormone Therapy. Wenn er 30 Jahre alt ist, und er sagt, Sie wissen, was? Ich liebe es nicht, ich liebe es nicht mehr leben. Ich will zurückzuziehen, was Gott mir ein Mann. Ich will eine Frau und ich will eine Kinder. Wir haben nur eine Probleme, wir haben, Ihre Reproduktion ist weg. Wir haben eine andere Probleme. Ihre Testosterone ist weg. Ihre Abilität zu produzieren, ist weg. Es ist weg. Wir sind nicht weg. Wir schauen auf diese LGBTQ-Thinge, wie wir es sehen sollten. Es ist BIRTH CONTROL und RACIAL EXTERMINATION. Warum denkst du, Kamala Harris ist durch die Afrika zu verabschieden, die Afrika zu verabschieden, um eine gay-Marie zu verabschieden? Warum ist die Amerikaner wichtig, wie die Afrika ihre Gesellschaft zu verabschieden? Das ist eine der größten... Big Facts, Bro. Big Facts, Bro. Und man muss es dazu sagen, leider heutzutage. Es ist aber nicht transfeindlich, homophob oder sonst irgendwas. Aber warum wird diese Agenda so heftig nach vorne getrieben auf der ganzen Welt und vor allem den Kindern gegenüber? Da steckt eine satanische Agenda dahinter. Das ist meine persönliche Meinung. Und deswegen muss man auch dagegen reden und dagegen was machen und was tun. Und dann... Man ist nicht im gleichen Atemzug transphob, homophob oder sonst irgendwas. Ein erwachsener Mensch soll tun, was er tun möchte. Aber lass die Kinder in Ruhe. Das ist meine persönliche Meinung. Digger, guck dir mal die Diskussion an, die wir heutzutage führen. Dass Männer menstruieren. Irgendwie glaube ich, dass wir das Video schon reingezogen haben, ne? Egal, lass mal durchlaufen. Menstruieren ist nicht exklusiv nur für Frauen, Diggi. Das ist Diskriminierung. Warum antwortest du nicht? Das sagst du, das sagen dir die neuen Bücher, das sagen dir die neuen Politiker und die neuen Agendas und so. Aber das war noch nie irgendwas anderes. Dein Gender und dein biologisches Geschlecht und dein Gender, dein soziales Geschlecht war immer das gleiche. Und es ist auch richtig so. Du kannst es nicht verändern. Und dass wir mit diesem unrationalen Scheißdreck um die Ecke gekommen sind, dass wir sagen, ja, aber ich kann mich als irgendwas anderes identifizieren. Das ist einfach Schwachsinn. Das stimmt einfach nicht. Du kannst dich nicht einfach als was anderes identifizieren. Egal, ob das die Regierung sagt oder nicht. Und es ist mir auch wirklich egal, ob die das sagen oder nicht. Meiner Meinung nach geht es nicht. Du bist eine Frau oder du bist ein Mann. Oder du bist jemand, der mit beiden Geschlechtsteilen geboren wurde, weil es ein genetischer Fehler war und man soll Verständnis für dich haben und du darfst dir gerne ein Geschlecht aussuchen beziehungsweise da muss man halt im individuellen Fall gucken. Aber das sind weniger als ein Prozent der gesamten Gesellschaft. Deswegen müssen wir das nicht überall auf allen Mainstream-Plattformen so heftig diskutieren. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's es nicht. Das ist einfach erfunden. Same. Das ist das Problem. Das ist ein Problem, das wir alle haben. Es gibt Dinge, die man nicht mit Materialien kaufen kann, mit Geld zu kaufen. Man kann ein Haus kaufen. Facts. Facts. Da ist eine Quote, die mir verändert hat. Listen closely. Jeder muss eine zwei Worte wählen. Die Worte der Worte der Worte der Worte der Worte der Worte.